Nina Wortmann ist Tetraplegikerin, also gelähmt an Armen und Beinen. Model, Mutter, Ehefrau, Rugby-Spielerin oder einfach Nina. Als ich am 12. April 2003 mit meiner Tochter in Anröchte, Nordrhein-Westfalen, ins Auto stieg, schien alles so wunderschön. Ich war 23 Jahre alt, junge Mutter, verlobt, verliebt und glücklich. Kurz darauf hatten wir einen schweren Autounfall. Während meiner Kleinen wie durch ein Wunder nichts passierte, wurde ich querschnittgelähmt. Seitdem kann ich meine Arme und Beine nicht mehr oder nur noch sehr wenig bewegen. Natürlich brachte das alles mein Leben total durcheinander, doch es hätte noch schlimmer kommen können. Nach dem Unfall dachte ich, meine Tochter sei tot und ich fiel in ein tiefes, dunkles Loch. Da merkte ich, Menschen mit Depressionen sind vielleicht noch schlimmer dran als ich. Ein Rollstuhl im Kopf kann dich viel mehr einschränken und lähmen. 2004 habe ich geheiratet und nahm an einem Model-Wertbewerb für Frauen im Rollstuhl teil. Heute bin ich oft für Fotoaufnahmen unterwegs und setze mich für Behinderten und andere soziale Themen ein. Wie ich meinen Beruf nennen würde, ich bin einfach Nina. Wichtig ist, dass du Sinn in dem siehst, was du machst. Nicht erst seit ich im Rollstuhl sitze, befasse ich mich mit der Frage, was mir und meinem Körper hilft. Ich habe seit über 20 Jahren Morbus Crohn, eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, bei der Dinge wie Ernährung, Stress und Achtsamkeit eine große Rolle spielen. Ich habe alle möglichen Diäten ausprobiert, bis ich auf die ganz einfache Formel gekommen bin, du bist, was du isst. Und wenn ich mich gesund, also mit vielen frischen Zutaten und ohne Fertigprodukte ernähre, geht es mir besser. Zum Glück teilen mein Mann und meine Tochter inzwischen die Liebe zu selbstgemachtem. Von Salaten bis zu Hamburgern aus gesunder Eigenproduktion in der Familienküche. Eines unserer Lieblingsessen sind russische Pelmeni mit Hackfleisch gefüllte Teigtaschen. Der Geschmack macht total süchtig, aber auch die Zubereitung macht so viel Spaß. Wir sitzen am Wochenende oft mit sechs, acht Freunden am Tisch, kneten den Teig, rollen ihn aus, stechen Formen aus und befüllen sie. Das ist ein so schönes Miteinander wie bei einem Brettspiel, bei dem man früher auch oft stundenlang in einer Runde saß. Da ich als Tetraplegikerin die Finger nur eingeschränkt bewegen kann, schwöre ich auf ein Multifunktionsschneidegerät, mit dem sich einfach alles ruckzuck zerkleinern lässt. Damit bin ich schneller als jener Nichtbehinderte. Mein Küchentipp für euch? Ladet Freunde ein und feiert eine große Nudelparty. Teig machen, kneten, ausrollen, schneiden, Soße kochen, alle haben eine Aufgabe und am Ende soll es jedem schmecken.